Oha, wir waren sogar schon in Runde 2. Das heißt, so viel Zeit werden wir nicht mehr haben. Also, sehen wir mal zu, dass wir da wieder ein bisschen rankommen, aber weit sind die nicht weg. Und die Polizei erstaunt mich immer wieder, was die für Intelligenzbestien sind. Erwartet man ja gar nicht so, ne? Die Zentrale ist noch schwierig, sich verpackt bei einem Verdächtigen zu halten. Ach so, Jäger. Die Zentrale haben wir einen hinter den Führungen und over. So, diesmal nehmen wir den Sprung nicht. So, Kollege, was sollte der Scheiß hier? Viel Spaß. Und immer noch Zweiter. Und jetzt sind wir in der dritten Runde. Und den Typen, den sollten wir zumindest noch einholen. Beziehungsweise, eigentlich müssen wir das Rennen hier gewinnen. So, der ist schon mal weg. Dann müssen wir jetzt nur noch konzentriert das Rennen irgendwie über die Bühne bekommen. So, von hinten, da kommt noch jemand, aber hier ist schon Feierabend. Feierabend. Und damit holen wir uns ganz verdient die Punkte. Und damit nur noch 5.645 Punkte. Also, nächste Folge wird's auf jeden Fall etwas. Vielleicht ja sogar schon diese Folge mit einem Versuch. So, Geländereifen. Puh, können wir mal machen. Nitrobrenner, ja, natürlich. Alter, was ist los? Achtung, ab dich der Betreibung. Ach, die Polizei wieder. So, wir können hier gerade mal gucken. Rennen. Müssen wir irgendwo hinfahren? Jawohl, hier müssen wir sowieso hinfahren. Denn machen wir das doch mal. Da habe ich noch versucht rüber zu kommen. Aber die Polizei hatte leider den gleichen Plan. Ciao, Kumpels. Ich bin da mal weg. Straße zersperrt. Verdächtiger will uns blocken. Und hier sind wir mit dem Bugatti irgendwie leichter weggekommen. So, ich bin da mal weggekommen. So, ich würde sagen, hier können wir mal ein Päuschen machen. Und den Motor aus. Und dann sind wir auch schon entkommen. So. Ein Kilometer noch. Und dann sind wir da. Yes. Verdammt. Wir machen trotzdem erstmal das Rennen hier. Jetzt, wo wir nämlich schon mal hier sind. So, die Tanke hier, die nehmen wir nochmal kurz mit. Einfach um das Nitro aufzufüllen. Oder Nitro. Auch alles Geschmackssache. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Storehouse Stakeout. Ein Hinterhalt. Ja, wunderbar. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich direkt das Most Wanted Rennen gestartet. Und ab geht's. Also, der Polizei entkommen irgendwie. Ach, die Kacke. Und das geht ja gut los. Wir haben den verdächtigen Zugriff Code 3. Verstanden. Könnt ihr das verdächtige Fahrzeug beschreiben? Over. Verstanden. Könnt ihr das verdächtige Fahrzeug beschreiben? Yes. Alle Einheiten. Code 3 Verdächtiger ist aggressiv gegenüber verfolgen. Aggressiv? Könnte Hilfe brauchen. Mich würde es mal interessieren, wer hier wen mehr haben? Wir, die oder die uns? Ah, Mist. Mist. Top oder Top, wa? Wer kann hier nicht weg? Tja, Kollegen. Da guckt ihr blöd, wa? Achtung, Verdächtiger. Verstanden. Situation aktualisiert. Over. Verstanden. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hallo, Jungs. Zack. Generale, ihr müsst uns Verstärkung schicken. Verstanden. Es wurden zusätzliche Einheiten genehmigt. Fluchthase. Fluchthase. Lass doch direkt jemand hinter uns. Was ist das für ein Bug? Sehre mich und versuche Tippmanövers. Halt die Presse. Halt die Presse. Oh, Mist. Schade, ich dachte, ich erwischte Lücke. Aber die waren schon ein bisschen zu heftig, die Autos hier. Hallo. Verdächtiger sind in der Luft. Er ist im Kontakt zum Verdächtigen abgebrochen. Brauche Unterstützung. Immer wieder gut. Verdächtiger ist in der Luft. Halt die Presse. Versuche einleiten. Er bitte Fortschrittsmeldung. Over. So, Leute. Hier könnt ihr mich nicht finden. So, hier warten wir jetzt. Komm. Noch einmal den Balken runter. Wir müssen den Perimeter zusammenziehen und dann sechstorweise suchen. Danke. 2,33. Ah, das ist wohl der zweite Platz. Wunderbar. Ja, 8.000 gibt's. Schön, schön. Und das ist okay. Das machen wir. Und im nächsten Rennen steigen wir in den Bugatti und dann fordern wir Most Wanted Fahrer Nummer 2 heraus. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Hier bei Lehrer Let's Plays. Bis dann. Alle Einheiten. Achtung. Verdächtiger wurde nicht geordnet. Streifdienst wird auf weiteres Fortsetzen. Und personen. Du bist okay. Vielen Dank.